Hi Leute, Albert hier von WindowsArea.de und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Windows 10 neu aufsetzen könnt. Windows 10 frisch zu installieren ist generell eine gute Idee. Wenn ihr zum Beispiel Probleme mit eurem PC habt, zu viel Mist darauf installiert ist, er langsam läuft, ihr eine SSD einbauen wollt oder ihr Angst habt, dass er ein Virus hat. Das Neuaufsetzen von Windows 10 bezeichnet man auch als Clean Install und dieser ist beispielsweise auch dann notwendig, wenn ihr Windows 10 von 32 Bit auf 64 Bit umstellen wollt. Ich führe euch Schritt für Schritt durch den gesamten Installationsprozess und erkläre ganz genau, was ihr dabei beachten müsst. Diese Anleitung sollte sich daher auch sehr gut für Anfänger eignen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns diese gerne in den Kommentaren stellen. Für weitere Tipps, Tricks und Tests zu Windows 10 würden wir uns natürlich über ein Abo freuen. Dann geht es aber auch gleich mal los mit der Vorbereitung. Zunächst prüfen wir einmal die Voraussetzungen. Um das Upgrade von 32 Bit auf 64 Bit durchführen zu können, muss euer Computer einen 64 Bit Prozessor haben. Das überprüft ihr ganz einfach in den Einstellungen von Windows 10 und das System und dann ganz unten bei Info. Hier findet ihr bei dem Punkt Systemtyp entweder x64 oder x86 basierter Prozessor. Wenn da x64 steht, könnt ihr 64 Bit Windows nutzen. Wenn da x86 steht, dann geht es nicht. Guckt da übrigens auch gleich mal nach, welche Edition ihr habt. Das geht weiter unten bei den Windows Spezifikationen. Merkt euch hier einfach, ob ihr Windows 10 Home oder Windows 10 Pro habt. Es ist wichtig zu wissen, dass ihr dafür keinen neuen Windows-Produktschlüssel braucht. Solange ihr die gleiche Edition von Windows 10 installiert, werdet ihr das Betriebssystem problemlos aktivieren können, auch wenn ihr von 32 Bit auf 64 Bit umstellt. Und außerdem ist noch wichtig, dass ihr einen USB-Stick mit mindestens 8 GB Speicher brauchen werdet. Idealerweise nutzt ihr einen schnellen USB 3.0 Stick. Falls ihr keinen habt, findet ihr unsere Empfehlung in der Beschreibung verlinkt. Wer von Windows 10 32 Bit auf 64 Bit upgraden will, muss eine sogenannte Clean Install durchführen. Anders geht es leider nicht. Dabei werden all eure Daten auf der Windows-Festplatte von eurem Computer gelöscht. Macht also unbedingt Backups, ladet die Dateien in die Cloud hoch oder speichert sie auf einer externen Festplatte. Wenn ihr also all eure Daten vom Computer gesichert habt und ein 8 GB USB-Stick bereitsteht, dann kann es gleich mal losgehen. Als erstes packen wir Windows 10 auf einen USB-Stick. Steckt also den USB-Stick an euren PC an und achtet darauf, dass auch dort keine wichtigen Daten mehr drauf gespeichert sind. Damit wir Windows 10 auf einen USB-Stick bringen können, hat Microsoft ein ganz offizielles, kostenloses Programm bereitgestellt, das man Media Creation Tool getauft hat. Den offiziellen Download-Link haben wir in die Beschreibung für euch hinzugefügt. Bei allen Downloads verlinken wir bei windowsarea.de immer ausschließlich auf die offizielle Seite des Herstellers. Da könnt ihr euch also hundertprozentig sicher sein. Ihr öffnet also die Seite im Browser und klickt auf Tool jetzt herunterladen. Startet nun das Programm, welches heruntergeladen wurde und bestätigt den Administrator-Dialog mit Ja. Als nächstes müsst ihr die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Im nächsten Schritt wählt ihr dann aus, dass ihr Installationsmedien in Klammer USB-Speicher-Stick, DVD oder ISO-Datei für einen anderen PC erstellen möchtet und klickt dann auf Weiter. Jetzt müsst ihr aufpassen und zwar wählt nicht empfohlene Optionen für diesen PC verwenden, weil wenn ihr gerade eine 32-Bit-Installation habt, werdet ihr ein 32-Bit Windows 10 USB bekommen. Ihr wählt stattdessen beim dritten Auswahlpunkt 64-Bit aus, könnt euch eine andere Sprache wählen, wenn ihr das wollt und klickt dann auf Weiter. Als nächstes wählt ihr den USB-Stick aus, welchen ihr für die Installation verwenden wollt. Ich sag's nochmal dazu. Alle Daten von eurem Computer und auch von dem USB-Stick werden gelöscht. Also schaut im Windows Explorer nach, ob es eh der richtige USB-Stick ist. Oder trennt im Idealfall alle anderen USB-Sticks sicherheitshalber von eurem PC. Wenn ihr dann den richtigen USB-Stick habt, klickt ihr auf Weiter. Jetzt wartet ihr, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Das kann eine gute Weile dauern, abhängig von eurer Internetgeschwindigkeit. Habt einfach Geduld. Wenn also das Media Creation Tool fertig ist, eure Daten von eurem Computer in der Cloud oder auf einer externen Festplatte gespeichert sind, dann kann es schon mit der Installation losgehen. Wir kommen jetzt auch in Wahrheit zum kniffligsten Teil, weswegen ich das hier ganz genau erklären will. Wenn ihr das einmal gemacht habt, ist das Neuaufsetzen eines Windows-Computers in Zukunft für euch ein Kinderspiel. Also stellt das erste sicher, dass euer USB-Stick auch eingesteckt ist. Ihr schaltet nun euren Computer ab und schaltet ihn dann wieder neu ein. Sobald ihr den Einschaltenknopf gedrückt habt, müsst ihr eine bestimmte Taste drücken, um in das BIOS-Menü zu gelangen. Diese Taste ist halt praktisch bei allen Herstellern unterschiedlich, was die Sache ein bisschen kniffliger macht. Aber probiert einfach rum und habt etwas Geduld. Bei Desktop-Rechnern steht oftmals beim Start da, welche Taste ihr da drücken müsst, um in das BIOS-Menü zu gelangen. Bei Laptops müsst ihr es einfach wissen. In der Regel ist es Entfernen oder F2. Nachdem ihr also die Taste zum Einschalten eures Computers gedrückt habt, haut ihr einfach paar Mal auf eine dieser Tasten drauf. Wenn nichts passiert, schaltet ihr den PC nochmal ein und versucht es mit einer anderen Taste. Probiert einfach alle möglichen Tasten aus, also Entfernen, F2, F10, F12, Escape und F9, das sind die gängigsten Optionen, in dieser Reihenfolge übrigens. Mein Acer Swift 7 Laptop benutzt, wie auch sehr viele andere Acer Geräte, die F2-Taste zum Aufrufen des BIOS. Wenn ihr dann drin seid, solltet ihr so ein Menü sehen oder zumindest ein sehr ähnliches. Ihr geht dann zum Raster Boot und hier sollte einmal die Festplatte und dann auch noch euer USB-Stick gelistet sein. Falls der USB-Stick nicht zu finden ist, sucht in diesen Einstellungen ein bisschen rum, ob da nicht die USB-Boot-Option deaktiviert ist. In aller Regel ist sie das normalerweise allerdings nicht. So, hier müsst ihr nun die Boot-Reihenfolge ändern. Der USB-Stick muss ganz oben stehen. Auf diese Weise sagt ihr dem Computer, er soll Windows 10 von eurem USB-Stick starten. Das geht in meinem Fall, indem ich mit den Tasten F5 und F6 den USB-Stick Eintrag ganz nach oben verschiebe. Nur so nebenbei. Sehr viele Computer haben auch ein Boot-Menü, was es ein bisschen einfacher macht, einmalig vom USB zu booten. Aber weil das eben manche PCs nicht haben, lasse ich das mal außen vor. Anschließend geht ihr zu Exit und bestätigt den Eintrag Exit Saving Changes mit der Eingabetaste. Eventuell müsst ihr hier nochmal Yes auswählen. Schon startet euer PC vom USB-Stick. Beim Start selbst werdet ihr erstmal keinen Unterschied sehen, aber danach kommt ihr in das Windows Setup-Menü. Beim ersten Bildschirm seht ihr dann drei Optionen für die Sprache, die Region und die Tastatur. Wenn das alles passt, klickt ihr unten rechts auf Weiter. Beim nächsten Schritt klickt ihr auf Jetzt installieren und im Anschluss daran fragt Windows 10 nach dem Produktschlüssel. Wenn ihr den bei sich habt, könnt ihr den auch eingeben. Wenn Windows 10 auf dem Rechner aber bereits installiert und aktiviert war, müsst ihr das in aller Regel nicht tun. In dem Fall könnt ihr auch auf Ich habe keinen Produktschlüssel klicken. Dann geht es für euch weiter. Wenn ihr keinen Key eingibt, werdet ihr gefragt, welche Edition ihr installieren möchtet. Dabei solltet ihr jene Edition nehmen, für die ihr auch einen Produktschlüssel habt oder welche vorher schon auf dem PC installiert war. Wählt also eure Edition und klickt auf Weiter. Jetzt müsst ihr die Nutzungsbedingungen akzeptieren und wieder auf Weiter klicken. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo wir der Installation sagen, dass sie eure vorherige Windows 10 Installation überschreiben soll. Wählt hier dann Benutzer definiert, nur Windows installieren in Klammer für fortgeschrittene Benutzer. Nun seht ihr in aller Regel ein Laufwerk, also eure Festplatte, wo Windows 10 drauf ist und ein paar Partitionen. Normalerweise ist Windows 10 immer auf Laufwerk 0, aber wenn ihr mehrere Festplatten in eurem Computer habt, also da zum Beispiel noch Laufwerk 1 und Laufwerk 2 stehen, dann solltet ihr aufpassen. Einerseits, dass ihr die Daten von diesen Festplatten nicht löscht und andererseits, wenn ihr zum Beispiel eine SSD installiert, dann wollt ihr Windows 10 auch auf dieser SSD haben. Wenn ihr nur Laufwerk 0 habt, mit ein paar Partitionen, klickt ihr auf jede einzelne davon und geht auf Löschen. Ich sag's nochmal dazu, bei diesem Vorgang werden alle Daten gelöscht. Habt ihr das gemacht, geht ihr auf Weiter. Dann startet die Windows 10 Installation. Je nachdem, wie schnell eure Festplatte sowie euer USB-Stick ist, kann das zwischen 10 und 45 Minuten dauern. Habt also einfach Geduld. Am Ende startet der Computer neu. Da taucht zuerst so ein 10 Sekunden Timer auf und dann wird der Computer neu gestartet. In dieser Phase könnt bzw. solltet ihr den USB-Stick entfernen. Tut ihr das nämlich nicht, startet euer Computer wieder über den USB-Stick, weil wir das ja zu Beginn so eingestellt haben. Wenn ihr also nicht vor dem PC gesessen habt und dann wieder in das Setup-Menü kommt, entfernt, entfernt ihr den USB-Stick einfach und startet den Computer neu. Dann solltet ihr zur Einrichtung von Windows 10 kommen und habt eine frische Installation des Betriebssystems auf eurem Computer. Ihr solltet übrigens ganz am Ende nochmal die BIOS-Einstellungen rückgängig machen. Geht wieder in das BIOS-Menü mit der Tastenkombination, die vorher bei euch funktioniert hat, navigiert dort zu Save & Exit und wählt Restore Defaults oder Load Setup Defaults. Irgendeine dieser Optionen, womit die Standardeinstellungen des BIOS geladen werden. Wenn ihr das dann bestätigt, könnt ihr das BIOS-Menü wieder per Exit Saving Changes verlassen und euer PC ist nicht mehr so eingestellt, dass er von einem angesteckten USB-Stick booten wird. So, das war's dann auch schon von mir und unserer ultimativen Windows 10 Clean Install Anleitung. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, habt ihr nach dieser Anleitung mit Sicherheit den Dreh raus. Ich freue mich auf eure Kommentare, danke euch fürs Zusehen und fände es echt klasse, wenn ihr uns auch ein Abo dalassen würdet. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns schon im nächsten Video wiedersehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.